Diese Übung zeige ich dir um deine Hüftgelenke aktivieren, Popaken gut ausmassieren und die Bewegung in deinem Bereich Beckenboden wieder in Kraft zu bringen. Das geht einfach. Es heißt Lauf auf deine Popas. Du nimmst einen Raum, da wo du dich nach vorne nach hinten ganz gut bewegen kannst, also Freiraum und dann machst du folgendes. Bringst du deine Popaken ein bisschen nach oben und versetzt du ein Teilchen nach vorne. Die Beine geht ins Knie und du streckst sie dann aus. Dann gehst du mit der anderen und dann streckst du aus. Und das geht ganz normal. Nach vorne und nach hinten. Nach vorne und nach hinten. Und das machst du ungefähr fünf bis zehn Minuten. Danach, wenn du aufstehst, du merkst, dass dieser Teil ist richtig gut aufgewärmt, gut massiert und hilft dir, in deinem weiteren einfach viel beweglicher sein und vitaler.